Heute geht es bei uns AVITECT mal wieder ums Tuning, diesmal aber besonders ausführlich, also bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen bei AVITECT. Ja, über das Tuning haben wir schon viele Videos gedreht und das Funktionsprinzip dabei auch schon öfter erläutert. Dabei haben wir aber immer darauf geachtet, dass es möglichst anfängerfreundlich und für jedermann verständlich ist. Natürlich wissen wir aber, dass viele von euch Experten sind und auch sehr detailverliebt sind und alle kleinsten Details am liebsten mal durchleuchtet haben möchten. Aus diesem Grund machen wir diesmal ein besonders ausführliches Video zum Tuning, wo wir nicht nur das Funktionsprinzip nochmal erklären, sondern auch bei der Entwicklung alle Aspekte, die man berücksichtigen muss. Und wir wollen natürlich auch alle Fragen, die ihr immer wieder stellt, bei diesem Video einmal berücksichtigen. Es wird also diesmal besonders ausführlich und wir hoffen am Ende, wisst ihr wirklich alle über das Tuning perfekt Bescheid und schaut es euch selber an. Also los geht's. Am Anfang eines jeden Tunings steht natürlich der Farbkorrekturfilter, denn das ganze Prinzip basiert ja darauf, den vollen Kontrast zu nutzen, indem man die Farben rein optisch korrigiert. Ja, und damit sind wir natürlich schon bei der Tönung selber. Die Tönung ist meistens ein leichter Rosaton. Das liegt daran, dass die meisten Projektoren ihre höchste Helligkeit immer dann erreichen, wenn die Farbtemperatur, also die native Farbtemperatur, etwas zu grünlich und zu bläulich ist. Und das hat sich komischerweise nicht geändert bei den Laserprojektoren. Das war bei den UHP-Lampen immer so, weil das Spektrum dieses verwendeten Gases so ist. Aber es ist tatsächlich auch bei den Phosphor-Laserprojektoren so und sogar auch bei den RGB-Laserprojektoren, was man schon bei den Laser-TVs sieht, die wir bis jetzt ja noch nicht tunen. Ja, also haben wir immer eine gewisse Grundfärbung, so eine rötliche. Allerdings passt die natürlich nicht universell auf jeden Projektor, selbst in einer Serie nicht, denn es gibt immer Serienströme. Und so braucht man von diesem Filterglas verschiedene Tönungen. Von etwas blasser, das ist dann ein Gerät, wo man etwas näher an der erforderlichen Farbtemperatur ist, bis stärker. Das sind dann die Ausreißer, die sehr weit weg sind. Aber manchmal auch die Geräte, die besonders viel Kontrast erzeugen. Zu berücksichtigen ist immer natürlich noch, dass man ein Glas verwenden muss, das kaum Reflektionen erzeugt und möglichst Langzeit- und UV-stabil ist. Das sind auch ganz schön viele Anforderungen, die es sonst so eigentlich nicht gibt. Deshalb kann man keine Fotografiefilter verwenden. Und ja, die doch relativ kleinen Mengen machen diese Sache schon sehr aufwendig und teuer. Soviel zum Filtermaterial selber. Da muss man aber dieses Glas ja auch noch an den Beamer bringen. Und da beginnen auch oft viele Probleme. Wie ihr wisst, jeder Projektor hat ein anderes Design und ein anderes Objektiv und verschiedene Größen. Wenn man Glück hat, dann kann man einfach einen Filter aufstülpen. Das hat man auch schon oft gemacht. Und alles funktioniert prima. Aber da gibt es Spezialfälle. Und gerade die Geräte, die wir in der letzten Zeit getunt haben, haben es uns da nicht wirklich leicht gemacht. Wir zeigen das zum Beispiel am Hand des Epson LS11000 und 12000. Die profitieren sehr stark vom Tuning. Gerade der LS11000, damit sein Schwarzwert besser wird. Aber die Geräte haben ja diese praktische Staubschutzklappe. Und die hat es uns unmöglich gemacht, direkt auf das Objektiv was zu stecken. Weil der Abstand zwischen der Staubschutzklappe und dem Objektiv viel zu schmal war. Da passte kein Korrekturglas dazwischen. Also mussten wir davor etwas platzieren. Aber da haben wir nur so einen konisch schräg zulaufenden Ausschnitt. Und das war alles andere als einfach da etwas zu montieren. Schließlich haben wir dann die Lösung gefunden. Wir haben den Filter nach innen, also dass man ihn einstecken muss, konstruiert. Durch den Spielraum im Plastik war das aber immer noch nicht stabil genug. Denn das muss ja auch alles so halten, dass es niemand auf den Kopf fällt. Also mussten wir auch noch hier einen speziellen Schaumstoff verwenden. Sodass das Ganze wirklich straff in dieser Öffnung sitzt. Es sieht aber letztendlich auch sehr gut aus. Wertet den Projektor optisch auf und ist sehr aufwendig. Und er hat tatsächlich sehr viel Hirnschmalz und viele genaue Messungen. Und natürlich auch genaues Anfertigen erfordert. Bis heute ist das einer der schwierigsten und aufwendigsten Filtermontagen gewesen, die wir hatten. Und dann haben wir in der letzten Zeit ja auch angefangen die Sonys zu tunen. Die Sony XW-Serie. Wir haben in der Vergangenheit schon öfter Sony SX-ND Projektoren getunt. Und das hat immer sehr gut funktioniert. Aber diesmal hatten wir wieder einen Spezialfall. Wir hatten den XW-5000 getunt und haben festgestellt, dass dieses Kunststoffobjektiv, er hat ja das Objektiv von der kleinen Serie, von der HW-Serie geerbt. Und das schwankt. Also eigentlich sollte es immer die gleiche Größe haben. Aber Kunststoff ist auch in der Fertigung nicht immer 100% gleich. Und dann hatten wir das Problem, dass der Filter auf den einen XW-5000 sehr gut gepasst hat, aber am nächsten zu locker war. Und wir wollen ja nicht, dass er runterfällt. Und wir hatten sogar Geräte, wo er dann zu stramm saß und das Objektiv, also den Ring eher verkratzen würde. Also was haben wir gemacht? Wir haben ihn etwas weiter gemacht und dann hier diese schöne Nylonschraube integriert. Jetzt kann man das wirklich an jedem XW-5000 aufstülpen und anpassen und alles sitzt prima. Beim XW-7000 war das nicht notwendig, denn der hat ja ein anderes Objektiv. Und dessen Objektivverkleidung ist leicht konisch. Und das kommt uns entgegen. Denn so kann man den Filter tatsächlich immer aufstecken. Er passt dann immer, je nachdem wie weit man ihn aufschiebt. Damit nicht genug. Die Sony-Objektive sind sehr empfindlich, was Rückreflexion angeht. Man hat immer noch so 1-2% Reflexion. Also sind wir gezwungen, das Glas schräg zu stellen, einem gewissen Winkel, damit es keinerlei Reflexion im Bild gibt. Ja, und das macht den Ring auch wieder sehr aufwendig. Denn man muss tatsächlich nochmal hier speziell keilförmige Innenringe konstruieren. Das Glas innen verkleben. Natürlich soll es auch schön sauber aussehen. Und so wird dieser Filter, ist dieser Filter auch extrem, gerade der XW-5000 Filter, sehr, sehr aufwendig. Und so werden wir bei jedem Beamer, auch bei der Montage vor neue Herausforderungen gestellt, die wir bisher aber immer gelöst haben. Jetzt haben wir die ganzen Filter gesehen. Jetzt wollen wir auch mal ein Gerät tunen. Im ersten Schritt muss man für den Beamer den individuellen richtigen Farbton finden. Ja, wie funktioniert das? Wir haben jetzt hier mal einen großen Sony SX-RD Beamer aufgebaut. Und die Sony SX-RD Beamer, die haben immer eine sehr gute Werksabstimmung. Das kann man hier im Farbtemperaturmenü schön auswählen. D65, das ist äquivalent zu Custom 3. Das heißt, das Gerät ist jetzt recht nah an der 6500 Kelvin, D65 Norm. Aber es erreicht nicht seine maximale Helligkeit und seinen maximalen Kontrast. Den erreicht das Gerät erst, wenn wir es auf Custom 5 stellen. Benutzer 5 ist tatsächlich die native Farbtemperatur. Und wenn man das hin und her schaltet, dann sieht man auch, dass das Bild, das weiß, das ist ja das hellste Bild, das er erzeugen kann, deutlich zunimmt. Tatsächlich wird das Bild 30% heller. Aber das sieht man hoffentlich, obwohl die Kamera das ein bisschen ausgleicht, das Bild wird auch sehr grünstichig. Denn das Spektrum der Laserlichtquelle ist tatsächlich nicht auf D65 optimiert. Das heißt, diese Helligkeit wird durch einen Grünstich erkauft. Und jetzt ist die Kunst darin, den genau passenden Farbton zu finden, der aus diesem zu grünlichen Weiß wieder das D65 Weiß macht. Dafür braucht man auch die verschiedenen Farbtöne. Denn man kann jetzt zehn verschiedene Sonys aufbauen und die würden alle ein anderes Maximalweiß erzeugen. Zwar immer so ein bisschen ähnlich, aber ein bisschen kräftiger, ein bisschen schwächer. Und deshalb brauchen wir die Farbtöne. Jetzt haben wir, das ermitteln wir natürlich messtechnisch, das sieht man jetzt hier, mit Hilfe eines Sensors wird der Filter ermittelt, bis man wieder die drei Farben auf eine Höhe kriegt, also auf D65. Und dann haben wir den passenden Filter gefunden. Ja, und wie das aussieht, das wollen wir jetzt mal zeigen. Wir haben natürlich bei diesem Gerät hier mal den passenden Filter vorab ermittelt. Und der Gem, der hält das jetzt mal vor die Kamera. Nochmal zum Vergleich, das ist die Werkseinstellung D65. Jetzt schalten wir auf die native Farbtemperatur. Jetzt wird er zu grün. Ja, und wenn wir den Filter einfach mal vor die Kamera halten, dann sieht man, wie die Farben wieder korrigiert werden. Auch im Splitscreen sieht man das richtig schön. Da sieht man es wahrscheinlich am besten, dass die Farbtemperatur doch deutlich unterschiedlich ist und mit dem Filter viel wärmer als ohne. So, jetzt haben wir den passenden Filter genau ermittelt für die native Farbtemperatur, der aus dem zu grünen Weiß das D65 Weiß macht. Jetzt könnte man meinen, man ist ja am Ziel, Filter ist da auf, Farben werden korrigiert und man kann das Gerät wieder einpacken. Leider ist das nicht so, denn die restlichen Graustufen, die sind nicht unbedingt auf die native Farbtemperatur ab Werk geeicht. Und dann werden die durch den Filter natürlich auch farblich beeinflusst. Das können wir jetzt wieder vorführen. Der Gem hält jetzt mal wieder den Filter davor. Und wenn man das jetzt davor hält, dann sieht man, unser Weiß wird korrigiert. Aber alle anderen Graustufen, gerade die dunkleren, die werden jetzt extrem rotstichig. Denn die sind ab Werk schon so Richtung D65 geeicht und die passen jetzt nicht mehr. Also müssen wir jetzt wieder ins Bildmenü und alle Graustufen ganz klassisch abstimmen, den Weißabgleich wieder auf D65 durchführen. Dann sind wir auch noch nicht am Ziel, dann müssen wir auch noch mal die Grundfarben gucken, wie weit die durch den Filter beeinflusst werden und hier auch noch leichte Korrekturen vornehmen. Und erst dann haben wir die Farbgebung perfekt auf die Norm geeicht. Jetzt haben wir den Beamer auf den Filter geeicht. Jetzt wollen wir uns die Ergebnisse anschauen. Und wir beginnen mit der Helligkeit. Vielleicht, da wird ja oft diskutiert, rein intuitiv würde man sagen, ja, wenn wir da einen Filter vormachen, dann wird der Beamer mit dem Filter ja dunkler als ohne Filter. Das heißt, ein kalibrierter Beamer wäre heller als ein getunter Beamer. Das würde nur stimmen, wenn unsere Filter sehr ungenau ausgesucht werden würden oder wenn sie sehr viel Licht verlieren würden. Machen wir einfach mal hier den Praxistest. Wir haben den Filter ja genau auf diesen Beamer optimiert und wir messen jetzt die Helligkeit des Custom 3. Das ist die Werkseinstellung, die wir vorher vermessen haben, die plus, minus 3, 4 Prozent an der Norm liegt. Ja, und wenn wir jetzt hier einen Luxmeter nehmen, dann messen wir in der Bildmitte und sehen, wir haben hier 400, um die 480, ziemlich genau 480, 479, 480 Lux. Wie gesagt, nur ein kalibrierter, ungetunter. Jetzt schalten wir ihn auf die native Farbtemperatur und messen noch einmal und sehen, er wird deutlich heller. Wir sind jetzt hier 630, über 630 Lux, 640, kann auch ein bisschen mehr geben. Und jetzt setzen wir den Filter vor und jetzt haben wir wieder das D65, weiß, aber optisch korrigiert und messen erneut und sehen, 475, 476, 476 Lux. Das heißt, wir haben nur drei Lux verloren, indem wir eben auch die Farbtemperatur richtig optimiert haben und den Filter ganz genau gewählt haben und der Filter eben auch nur ganz wenig, vielleicht ein Prozent Licht verliert. Das heißt, der getunte Beamer ist genauso hell wie der kalibrierte Beamer. Wir bleiben beim Thema Helligkeit an dieser Stelle und wollen an dieser Stelle eine wichtige Frage beantworten, die oft kommt und die lautet, ja, wenn das so relativ einfach und auch einleuchtend ist, den Kontrast und die Farben zu optimieren mit Hilfe eines Farbfilters, wieso macht der Hersteller das nicht selber? Ja, und die Antwort ist tatsächlich die Helligkeit. Wir haben jetzt hier den Projektor wieder auf Custom 3 gestellt, also die Werkskalibrierung. Und wenn wir den Projektor jetzt auf Custom 5 stellen, dann wird er ja grünstichig, haben wir eben gezeigt, aber er wird auch viel, viel heller. Und der springende Punkt ist, nur jetzt erreicht er seine Werksangabe, die bei diesem Gerät 3200 Lumen beträgt. Das heißt, jetzt hat er die 3200 Lumen, aber nicht bei der richtigen Farbtemperatur. Würde der Hersteller diesen Modus jetzt mit einem Filter tunen, fest tunen, den Lichtweg optimieren, ja, dann hätten wir tatsächlich mehr Kontrast, aber die 3200 Lumen, die müssten aus dem Katalog verschwinden. Und da würden dann nur noch die kalibrierten 2500 Lumen stehen. Und darauf möchte der Hersteller nicht verzichten. Und deshalb implementiert er immer so einen hellen Modus, der auch mehr Kontrast hat, sich aber nicht an die Farbtemperatur hält, weil das eben von der Lichtquelle nicht so optimal bei D65 möglich ist. Den Kompromiss geht der Hersteller immer zugunsten der technischen Daten ein. Und davon profitieren wir bei unserem Tuning. Jetzt kommen wir zum Kern des eigentlichen Tunings, nämlich der Erhöhung des Dynamikumfangs und der Verbesserung des Schwarzwerts. Dafür betreiben wir diesen ganzen Aufwand mit den Farbfiltern. Um das mal anschaulich zu demonstrieren, haben wir hier ein Testbild aufgelegt, bei dem eine Hälfte weiß ist und eine schwarz. Ihr wisst natürlich auch, den Dynamikumfang misst man hintereinander, schwarz und weiß, den On-Off-Kontrast. Aber damit ich jetzt hier nicht mit den ganzen Testbildern jonglieren muss, und weil man das ja tatsächlich in dem Video wegen der ganzen Scheinwerfer, damit man nicht aussieht, eh nicht komplett abdunkeln kann, haben wir jetzt hier dieses etwas bequemere Testbild aufgelegt. Wir haben den Projektor wieder auf den Custom 3, also auf den Werksmodus gestellt, wo er werkskalibriert ist auf D65. Und hier haben wir jetzt das maximale Weiß und das maximale Schwarz. Und ja, durch diverse Tests wissen wir, das ist ein Sony XW7000, hat er in diesem Status um die 8000 zu 1 Kontrast. Das heißt, das Weiß ist 8000 mal heller, hier in den weißen Bereichen, als das Schwarz. Ja, wenn man jetzt aber die Farbtemperatur auf die native Farbtemperatur umschaltet, dann haben wir das ja eben schon gesehen, dann wird das Weiß 30 Prozent, in diesem Fall sogar etwas über 30 Prozent, wir haben das eben gesehen, das ging ja auf über 600 Lux, über 30 Prozent heller. Der Schwarzwert ändert sich allerdings überhaupt nicht, denn der ist ja nativ von den SX-AD-Panels, wenn die zu sind, machen sie immer dasselbe Schwarz. Das heißt, wir haben 30 Prozent mehr Kontrast zwischen dem Weiß und dem Schwarz, also hintereinander gemessen, natürlich auch im Bild, aber da gehen wir gleich noch drauf ein. Wir haben 30 Prozent mehr Kontrast und mehr Dynamikumfang, aber wir haben ja nicht mehr die richtigen Farben. Und dieser Dynamikumfang, der wird gesteigert durch die Helligkeit. Ja, jetzt wollen wir natürlich das wieder korrigieren. Jetzt hält der Gem mal wieder den Filter vor die Kamera und dann sieht man, dass dieses Weiß jetzt korrigiert ist. Denn in dem Moment, wo wir einen Filter in den Lichtweg schieben, also vor den Projektor, wird natürlich das Schwarz auch abgedunkelt. Das heißt, wir verschieben den ganzen Dynamikumfang etwas wieder ins Dunklere und haben dann wieder dieselbe Helligkeit wie ein kalibrierter, aber der Schwarzwert wird durch den Filter abgesenkt. Und das hilft uns dann in dunklen Szenen, wo eben der Schwarzwert besonders wichtig ist, weil er eben auch bei einem Projektor, der 7.000, 8.000 zu 1 erreicht, immer noch ein bisschen gräulich ist. Und messtechnisch haben wir eine Steigerung von 30 Prozent. Das heißt, wir landen deutlich über 10.000 zu 1. Und das sind dann wirklich schon Dimensionen, die sich sehr stark bemerkbar machen. So, den On-Off-Kontrast und den Schwarzwert haben wir messtechnisch deutlich verbessert. Das steht außer Frage. Aber oft werden wir gefragt, ja, was ist denn mit dem Inbild-Kontrast? Schließlich setzen wir ja noch oder setzen noch einen zusätzlichen Filter in den Lichtweg und der könnte ja tatsächlich wieder Streulicht erzeugen und den Inbild-Kontrast vermindern. Das ist eine berechtigte Frage, die wir an dieser Stelle einmal etwas erläutern wollen mit einem kleinen Experiment. Wir legen ein ANSI-Testbild auf. Das kennen natürlich die meisten von euch. Damit misst man den Inbild-Kontrast. Eigentlich ist das der Worst Case für den Inbild-Kontrast, weil wir hier immer diese abwechselnden Felder haben. Deshalb haben wir hier immer einen besonders niedrigen Wert. Das ist tatsächlich das Bild, das kontrasttechnisch für den Projektor mit am schwersten zu erzeugen ist. Das ist ein Sony XW7000. Der hat ein sehr hochwertiges Objektiv und der erreicht bei diesem Schachbrett einen Kontrast von ungefähr 340 zu 1. Den kann man jetzt tatsächlich auch in so einem Kinoraum wie in diesem hier gar nicht 1 zu 1 abbilden, weil wir hier nicht komplett schwarze Wände haben. Das geht tatsächlich nur, wenn der ganze Raum richtig perfekt schwarz optimiert ist. Deshalb setzen wir den Sensor sehr nah ans Objektiv. Denn je näher man den Sensor ans Objektiv setzt, in die schwarzen Felder, desto unwichtiger ist das Streulicht, weil das AN prozentual sehr gering ist. Das werden auch die meisten von euch wissen. Wenn wir hier messen, dann kommen wir auf diese 340 zu 1. Wenn man jetzt den Filter dazwischen setzt und der Filter ist nicht perfekt gereinigt. Also nicht perfekt gereinigt heißt, Fingerabdrücke oder Schlieren, die sollte man natürlich selbstredend komplett vermeiden, aber auch schon starke Staubschichten, wenn man den so draufsetzt, dann kann der Kontrast tatsächlich um ungefähr 10-20% der Inbildkontrast sinken. Jetzt aber wieder an dieser Stelle angemerkt, das sind alles nur Werte, die man in einem perfekt schwarzen Raum überhaupt erreicht. Wenn man aber den Filter komplett perfekt reinigt, und das ist leichter, wenn man die richtigen Tücher hat, wir empfehlen hier immer sehr, sehr weiche Mikrofasertücher. Es gibt, die kriegt man eigentlich in jedem Baumarkt. Die fühlen sich sehr weich an, sind so bunt, und die kann man trocken wirklich putzen. Und man sieht das dann auch, dass das Glas absolut klar ist und auch frei von Staub. Wenn man so einen perfekt gereinigten Filter auf den Beamer setzt und messtechnisch wieder nachmisst, dann sehen wir, dass wir auf 330 zu 1 kommen. Also praktisch wirklich derselbe Wert wie ohne diesen Filter. Also mit anderen Worten, diese Filter haben wir im Laufe der Jahre so optimiert, dass sie natürlich den Inbildkontrast nicht beeinträchtigen. Aber man muss sie schon wirklich auch pflegen. Soweit alle Details zu unserem Tuning. Und wie ihr seht, nach all den Jahren ist das Tuning immer noch geeignet, denn schwarz wird den Kontrast und den Dynamikumfang und damit die Bildplastizität von auch High-End-Beamern signifikant zu steigern. Und wer das alles mal selber sehen will, der sollte sich so auf den Weg zu einem Arbitekten in seiner Nähe machen, denn dort kann man das Tuning auch gegen ein ungetuntes Gerät direkt vergleichen und dann seht ihr die Vorteile selber. Also macht euch auf den Weg und bis demnächst. Euer Eki Schmidt. Tschüss.